und es ist Zeit für eine neue Jeep Vehicle Challenge. Das Thema ist Blast to the Past. Jürgen, eure Scheiß alleine machen, wenn ihr meint, dass ihr mit irgendwelchen Mofas anfangen könnt. Jürgen, eure Scheiß alleine machen, wenn ihr meint, dass ihr mit irgendwelchen Mofas anfangen könnt. Jürgen, eure Scheiß alleine machen, wenn ihr mit einem Mofas anfangen könnt. Unser Regisseur war ja nun nicht so begeistert von unserer Mofa Challenge. Wir haben ja jetzt schon präsentiert und geile Maschinen. Aber irgendwie... Ich weiß auch nicht, er hat sich was anderes vorgestellt. Er hat sich was anderes vorgestellt. Und wir sind heute hier zusammen gekommen, weil unser Regisseur uns eine WhatsApp geschickt hat. Naja, die erste hieß ja, wir sollen uns hier treffen. So, und die zweite kam. Hast du wieder eine gekriegt? Ja, ich hab wieder eine bekommen. Okay. Fahrschul-Challenge. Hey! Pylonen, Slalom, Zielbremsen, Zeitmessung, Zielmessung. Das sind ja gleich drei Sets auf einmal. ZZZ! 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 Okay. Ganz offensichtlich müssen wir irgendeinen doppeligen Parcours aufbauen. Schau mal, was da vorne steht. Da ist ein riesen Wagen mit Pylonen. Guck mal. Okay, den hat er schnell gerichtet. ZZZ! 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 So, Männer, ihr baut den Parcours auf. Ich überwach das Ganze hier. Ihr könnt anfangen. ZZZ! 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 Einmosep! Z thosep? ZZZamaz, PRESIDENT na ZZZ! Reicht das? Na du Nasenbär, es ist doch die Startlinie! Reicht das? Ja, das wird immer schneller, deswegen wird der Abstand immer mehr. Wir fahren rechts an vorne, dann kommen wir links hier rum dann fahren wir hier durch, hier lang Dann musst du hier stehen bleiben, weil das ist eine Stopp-Linie. So, und dann fahren wir hier rum. Wo sind die Pylonen? Da hinten? Ja, wieso ist dir keine Pylone hier? Holger, hol mal Pylone, komm. Wieso ist dir keine Pylone hier? Schneller. Bist du von früher? Und? Ja. Die ganze Kerle, enttankt Schallpi. Schallpi gibt das eigentlich noch? Keiner. Ist aber ein bisschen langsamer. Dann da nochmal rum und dann da. Dann hier Zielbremsen. Zielbremsen wir auch, oder? Ich habe gerade einen Mofa gekauft mit Ebay. Wir fangen hier an. Rechts fangen wir an. Startlinie, auf die Plätze fertig. Los, dann Slalom. Hier ist auch eine Ballerina verloren gegangen, was? Dann Gas geben, einmal im Kreisraum. Dann jetzt quasi ein bisschen mehr wie einmal im Kreisraum. Das war viel zu schnell im Kreis, da muss ich wieder Katzen. Dann hier raus. Dann ist das hier ein Stoppschild. Da bleiben wir aber stehen. Dann setzen wir den rechten Blinker. Dann steht da eine so eine liegende Pylone da. So da lang. Dann biegen wir hier rechts ab. Und dann fahren wir wieder hier lang. Aber diesmal nicht komplett durch den Kreis. Und dann nichts. Rechts abbiegen. Diesmal missachten wir das Stoppschild. fallen damit durch die Prüfung. Und als der Fahrlehrer dann ganz hinten schreit, was habt ihr da gemacht. Ihr seid einfach über den Kreisraum über die Stoppschild gefahren. Dann bremsen wir. Wir müssen genau da stehen bleiben. Wo? Da. Hier. Eins. Davor. Drei. Davor. Davor. Vor der Pylone und am besten nicht umfahren. Genau. Wer nimmt denn die Zeit? Wer hat mein Handy? Der, der nicht fährt. Der, der nicht fährt. Ja. Aufwechslungs oder so. Der Erste, der sich an diesen schwierigen Kurs traut, ist Bernie mit seiner Vespa. Da. 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 Eins. Zwo. Drei. Los. Drei. Zwo. Untertitelung des ZDF, 2020 Na ja, einmal falsch gefahren, die Hand nicht rausgehalten und auch sonst ein bisschen wackelig. Ob das zum Sieg reicht? Dann wollen wir mal schauen, was der Holger mit seiner Solo für eine Zeit abreißt. Ab die Plätze, fertig, los! Untertitelung des ZDF, 2020 Den Kurs hat er sich offensichtlich doch gemerkt und strebehaft sogar geblinkt. Ja, und jetzt der offensichtliche Favorit. Der aktive Slalomfahrer und ehemaliger Amateur Motorradrennfahrer Ralf. Auf die Plätze, fertig, los! Musik 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 Eine unschuldige Pylone müsst ihr leben lassen, um Ralf eine schnelle Zeit zu ermöglichen. So, Challenge. Erstmal die Zeiten vergleichen. Letzter war Bernie mit 37,75. Der Zweite war ich mit 37,68. Wie viel? 37,68. Ein klarer Vorsprung. Siebenhundertstel oder was? Klarer Vorsprung, Alter. Der erste, inoffiziell, war der Ralf mit 31,95. Hey, das sind wir, über fünf Sekunden. Aber er hat fünf Strafsekunden, er hat die Kurve geschnitten und wir haben nicht bei der Kurve rausgehalten. So, das ist spannend. Fünf Strafsekunden sind dann, was sind 31,54 sind das da? Ja. Also, wenn ich Erster, du Zweiter und der Ralf Dritter, oder? Lüge, alles Lüge, alles Lüge. Was ist Demokratie, wenn zwei sagen ja und einer nein, sollte das ja? Ja, so ist es. So ist es, ne? Ne, also mit den Zeiten so, also mit den Strafsekunden. Also, die fünf akzeptiere ich, weil das Anraushalten hat gestimmt. Ich habe nur geguckt. Ja, passt doch. Ja. 32 muss 15, 54, ist doch klar, oder? Ja, ja, ja. So kann ich rechnen, der Mann. Gute, ehrlich sei mal recht. Ja, ja, ja. Okay, habt ihr eigentlich jetzt eine Ahnung, was mit unserem Regisseur ist? Keine Ahnung, wo er ist, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich liegt er in der Sonne irgendwo und trinkt ein Bierchen und wir müssen hier abschuften. Er trinkt ein Bierchen in der Sonne, das wäre ein Vorschlag, Biergarten oder so. So, das klingt am Plan. Klingt am Plan? Plan, machen wir. Also, auf geht's. Ciao. 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 Helm aufsetzen. Ach, ihr mit dem Helm, super. Mein Kummer, das gleiche mit dir. Mal vergiss da den scheiß Helm weg. Du musst den Helm aufsetzen bei der Arbeit, das ist vorstehen. Also, los geht's. Ich bin jetzt in die Gestaltung. Guck mal. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Im най- Ich bin jetzt in der Teile, das geht's.